hallo und herzlich willkommen im wald leider ist das licht schon wieder scheiße aber ich habe gehofft es hört noch auf zu regnen tut es nicht deswegen machen wir bei regen nun diese großartige vorstellung dieses ultimativen stücks survival ausrüstung also damit kann man bestimmt acht wochen mindestens problemlos überleben und das so quasi auf whirlpool niveau also das ultimative teil für survival schlechthin selbstverständlich übertreibe ich maßlos aber lustig ist es trotzdem denn ich habe mir folgendes überlegt man könnte sich doch eine ein tassen lösung für eine kleine mahlzeit im wald einfallen lassen also lösungen für eine kleine mahlzeit im wald sind jetzt nicht so schwierig man kann ein brot nehmen und packt es in butterbrot papier und dann hat man eine lösung für eine kleine mahlzeit im wald das ist natürlich ein bisschen einfach ich meine nix gegen ein gutes wurstbrot oder ein gutes sogar so sandwich niveau nach dem earl of sandwich und das wäre alles eine möglichkeit aber das ist uns ja zu simpel wir wollen ja eine kleine heiße mahlzeit im wald haben und deswegen hier die welt kleinste lösung für für einen in einem ding befindlichen kleinen heißen imbiss für den wald ich habe keine ahnung was das wirklich die welt kleinste lösung ist aber es ist eine kleine kompakte möglichkeit also da ist ein deckel drauf ne sich also so einen solchen imbiss zu gemüte zu führen das problem ist jetzt der deckel der geht nur runter wenn man herkulesche kräfte besitzt mal gucken ob ich herkulesche kräfte besitze okay habe ich nicht insbesondere nicht in dem einen finger man sich dann halber abreißt beim versuch mit diesem kleinen dreieck hier diesen deckel darunter zu bekommen jetzt gibt es verschiedene möglichkeiten die man da in angriff nehmen kann möglichkeit 1 das ist so die die einfache variante man nimmt ein beliebiges messer setzt es hier am rande wo der deckel ein kleines bisschen einen spalt hat an und fummelt da ein kleines bisschen mit rum und dann ist der deckel runter gesprengt sozusagen also das besser kann man prima als deckelöffner nehmen da kann man jedes beliebige messer nehmen oder die etwas stilvollere variante dafür muss ich kurz noch mal in die hütte und was holen so die etwas stilvolle variante besteht nämlich darin ein schweizer offiziers messer zu besitzen das über die unglaublich praktische inzwischen bin ich echt begeistert davon funktion des universal hakens mehrzweckhaken heißt er verfügt aber man hat auch noch die möglichkeit durch den mehrzweckhaken sich quasi einen griff an seinem kleinen deckel zu befestigen und dann braucht man auch keine doch man braucht immer noch herkulesche kräfte und kriegt die zumindest irgendwie auf auch wenn man immer noch herkulesche kräfte benötigt und wertvoller inhalt der tasse dann natürlich raus fliegt so jetzt folgendes der inhalt dieser tasse ist nun das rundum sorglos alles drin was man für eine leckere mahlzeit im wald braucht paket so was jetzt gerade rausgefallen ist ist ein päckchen zucker und ein großer würfel s bit was ist da jetzt noch drin dieser mini 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 spork aus plastik gibt es bei verschiedenen produkten die man so eigentlich nicht kaufen sollte es aber trotzdem tut wenn man ein schlechter mensch ist also in meinem fall gibt es dann diesen lustigen solche lustigen sporks die haben normalerweise noch einen griff den kann man aber abnehmen und dann kriegt man wirklich so einen winzig kleinen mini 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 löffel dann ist da drin fangen wir hier mit an das dazugehörige wasser zu unserer kleinen mahlzeit 100 milliliter beutel trinkwasser und ein päckchen porridge also haferflocken inklusive milchpulver und noch ein bisschen zucker und dieser micro s bit kocher hier also das ist so das kleinste an s bit kocher was ich kenne der ist auch aus titan und kann dann so aufgestellt werden und ist wirklich wirklich klein so und was ich natürlich dachte ich hätte es noch drin was aber tatsächlich nicht mehr drin ist ist ein feuerzeug ja gut ok zugegebenermaßen sollte ich dann vielleicht ein zuckerpäckle weglassen oder vielleicht den löffel weglassen was aber auch wieder blöd ist da muss man sich erst einen schnitzen um dann noch ein winziges feuerzeug unterzukriegen man könnte ja vielleicht noch eine alternative zum vollzeug etwas kleineres nehmen feuerstil ist dahingehend blöd weil da muss man noch ein striker mitnehmen und damit kann man den s bit dann ja immer noch nur sehr umständlich anzünden also dann wird es mir schon zu kompliziert aber platz wäre zum beispiel für so ein kleines kapsel feuerzeug das würde man schon noch unter kriegen wenn man jetzt sagt man nimmt nur ein zuckerpäckchen mit statt drei zum beispiel und generell war obendrauf noch ein kleines bisschen platz also grundsätzlich ich hatte auch mal noch ein feuerzeug drin aus irgendwelchen gründen jetzt nicht mehr aber grundsätzlich wäre das auch noch möglich gewesen so jetzt das problem dass so eine tüte porridge eigentlich 150 milliliter wasser braucht für den optimalen porridge genuss aber ich habe hier nur 100 milliliter wasser das ist natürlich jetzt nicht ganz optimal das geht aber auch habe ich schon ausprobiert kann man auch so dann essen ist es halt nicht wie gesagt ganz 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 optimal und natürlich kann man jetzt sagen ach was wasser findest du auch überall insbesondere wenn es dann abgekocht ist aber es soll ja eine rundum alles drin lösung sein und deswegen eine wasser konserve so aktuell muss ich eigentlich bloß diesen hier machen und dann bekomme ich mit der zeit auch mein wasser ist alles überhaupt kein problem jetzt kann es inzwischen auch scharf stellen so wenn ich jetzt noch ein bisschen ziele das ist vom dach in meine tasse tropft dann beschleunigt das die sache ganz außerordentlich und den rest des videos stehe ich jetzt so da und warte darauf dass ich 50 milliliter wasser in meiner tasse sammeln das erschreckende ist sowas werden wir durchaus zuzutrauen oder davon abgesehen wird das wasser ja sowieso gleich gekocht also wir nehmen jetzt unser esbitwürfelchen und machen unser esbitwürfelchen erst mal auf ja und schmeißen unser messer erst mal runter auf stein damit es auch ja eine scharte bekommt das ist eine gute idee mein tisch ist zu klein so hat keine scharte und dann nehmen wir den müll natürlich wieder mit und nehmen unser esbitwürfelchen und legen das auf unseren esbitkocher andersrum sieht schöner aus sieht eh keiner und nehmen den müll wieder mit und jetzt habe ich eine tasse wirklich so nein das waren vielleicht wenn es 50 milliliter sind wenn über welt maximal sind es so jetzt füllen wir noch wasser in unsere tasse das haben wir zwei möglichkeiten entweder wir reißen unseren wasserbeutel auf und hoffen dass nichts verloren geht ja ist geglückt den müll so jetzt füllen wir unser wässerchen natürlich in unser tässchen vorsichtig kein wasser vergeuden den müll nehmen wir mit so jetzt müssen wir noch unser esbit anzünden ich nehme jetzt ich habe noch diverse andere möglichkeiten zum vorher machen so ist das nicht aber ich nehme jetzt mein schlüsselanhänger feuerzeug manchmal ist es ja wirklich gar nicht so einfach esbit zum brennen zu kriegen das besondere wenn dann wenig wind geht bis das dann so richtig brennt da kann ich dann mein schlüsselanhänger feuerzeug schon ziemlich bald wieder nachfüllen der haken ist bei diesem winzig kleinen kapsel feuerzeugchen das reicht halt wirklich für 20 30 sekunden brenndauer und dann ist auch wieder leer ok das sollte jetzt so schnell nicht mehr ausgehen ja ja und jetzt stehe ich hier im gestank so und jetzt müssen wir noch unsere tasse da entsprechend drauf packen das sollte auch zeitnah geschehen weil wir haben ja nur diesen einen würfel und der muss reichen also normalerweise reicht ein großer esbitwürfel für 150 milliliter wasser völlig ohne windschutz und etwas exponiert trotzdem wobei man wirklich bei esbitkochvorgängen und auch bei spiritus den wind wirklich wirklich nicht missachten darf ich habe da neulich mal ein kleines experiment gemacht bei scheißwetter ich muss natürlich trotzdem raus bei sturm und habe gedacht gut wenn du jetzt schon draußen bist also ich war nicht im wald also bestand kein großes risiko war halt einfach nur ungemütlich wenn du jetzt schon draußen bist dann kannst du ja mal testen inwieweit eventuell du es schaffst dir jetzt bei so einem scheißwetter ohne jetzt irgendeinen besonderen schutz also nur mit dir selbst als windschutz quasi was zu köcheln natürlich ein ravioli wollte ich mir mit dem esbitkocher heiß machen mit meinem geschenk bekommenen selbstbau das heißt selbst verbesserten windschutz esbitkocher ich vergebe auch schwer davon aus dass der windschutz schon wirklich was geholfen hat aber nichtsdestotrotz ja ja das wird relativ schnell brennen nichtsdestotrotz ging das richtig lange und unter optimalen bedingungen wenn wirklich alles super ist und man nur eine tasse heißes wasser haben möchte oder halt eben nur ein heißes töpflein ravioli das muss ja gar nicht zwingend kochen tut es dann meistens dann trotzdem dann kann das wirklich vier kleine würfel esbit verbrauchen bis das dann wirklich so richtig schön heiß ist da der topfinhalt bei null grad allerdings ja nicht ganz nur grad so ein grad eineinhalb irgendwie sowas ja jetzt habe ich noch was erzählt und ziehe das video künstlich in die länge wichtig ist übrigens noch einen deckel drauf zu machen deswegen hat die tasse ja ein also das sollte man auf keinen fall vergessen nicht nur weil es dann länger zum kochen braucht sondern weil es dann natürlich auch raus dampft wenn man keinen deckel drauf hat und man hat ja nur wenig wasser in dem ein tassen set deswegen kann man sich nicht leisten dass da allzu viel davon dampft also deckel deckel bringt es doch dann gar sehr so muss sie mal als windschutz fungieren also im grunde ist das heiß genug ja scheiß drauf bereiten wir uns das ganze mal zu dafür nehmen wir unsere tasse von unserem kocher und nun machen wir erst die güte auf kein wasserdampf entweichen lassen wasser ist knapp müll mitnehmen müll so mitnehmen das müll auch nicht weg kommen kann deswegen mache ich ja auch ständig reißverschluss auf und zu umrührtool bereithalten das ist das umrührtool müll mitnehmen rühre 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 und nachdem wir ein bisschen umgerührt haben können wir dann noch mit unserem mini 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 löffel noch ein bisschen weiter rührend haben wir jetzt ganz wenig wasser aber noch essbit dann können das theoretisch einfach nochmal drauf stellen vorsichtig die tasse ist ein klein wenig klein für diesen halter da muss man wirklich millimeter arbeit machen dann wird es nochmal schön aufgerkocht und dann ist es auch schön heiß und löst sich besser auch in wenig wasser In der Zwischenzeit können wir mit unserem, Vorsicht beim Messer abschlecken, sollte man eigentlich sein lassen, können wir mit unserem Multitool hier und der dafür enthaltenen Nippernapi, also so habe ich Scheren genannt, als ich gefühlt drei Jahre alt war, Nippernapis, können wir jedenfalls mit dem enthaltenen Nippernapi bereits unsere Zuckerpäckchen öffnen, vorsichtig, denn den Müll nehmen wir mit, ich packe jetzt nicht jedes einzelne Filzelchen einzeln ein, ne? So, Zuckerpäckchen 1 und da ich ein süßer bin, brauche ich noch ein zweites, warum ich drei mitgenommen habe, weiß ich nicht, eigentlich brauche ich gar keine drei. Also Memo an mich, nächstes Mal zwei Zuckerpäckchen, vielleicht nur zwei kleine S-Bits statt einem großen Würfel, die muss man dann aber einzeln verpacken, sonst fliegen die in der Tasse rum und dann schmeckt nachher nichts mehr, was man aus der Tasse isst und dann habe ich auch Platz für ein Feuerzeug. Heidenei, naja, learning by doing, ne? Ich habe das System entworfen und probiere es jetzt zum ersten Mal aus. Ich habe übrigens auch Traubenzucker genommen, weil der löst sich leichter. Vorsichtig, nicht über dem S-Bit rühren. Ist nicht gut für die Jacke. So, fertig! Mh, ein schönes heißes Povic. Mal gucken, sieht aus wie schon mal gegessen. Schmeckt auch so nah. Nein! Schmeckt hervorragend, ne? Also ich mag Povic. Mh, da fühlt man sich gleich wie in Schottland. Und wo ich hier so am Mampfen bin, kommt mir noch eine Idee. Zimt! Ich sollte mir ein größeres Zuckerröhrchen und ein kleineres Zimtröhrchen, oder alternativ zwei Zucker Zimtröhrchen, mitnehmen. Zimt fehlt mir jetzt noch. Zimt, das wäre es jetzt noch. Mh, und ihr merkt, ab jetzt zieht der Ben das Video wirklich günstig in die Länge. Und deswegen an dieser Stelle. Macht's gut und ich genieße mein Povic. Zimt! Zimt!